Mit ihrem Namen im Gästebuch unterstreichen die VfL-Spieler im Mai ihre Rückkehr in die 1. Bundesliga. Stadt und Vereinsspitze freuen sich über den gelungenen Saison-Coup. Um den Klassenerhalt kämpft der Club ab September im Revier-Power-Stadion. Die Stadtwerke Bochum nutzen die Namensrechte in den nächsten 5 Jahren, um für ihre Energieleistung zu werben.